Liebe Feuerwehrfamilie, liebe Dortmunder, wir sind gerade zurück von unserem Einsatz in Bad Münstereifel. Das, was wir in den Nachrichten sehen, bildet nicht ansatzweise das ab, was wir vor Ort selbst erleben konnten. Viele unserer Kameraden sind dort selbst betroffen. Während sie zum Einsatz fuhren, wurden ihre PKWs beschädigt, zum Teil sind Häuser eingestürzt und sie haben ihr Hab und Gut verloren. Mit dem Ende unseres Einsatzes wollen wir es jedoch nicht belassen, sondern wir haben uns überlegt, dass wir gerne weiterhelfen würden. Denn die Katastrophenschutzmaßnahmen, die Menschenrettung und das, was die eigentliche Aufgabe der Feuerwehr ist, ist langsam beendet. Die Energieversorger stellen die Wasserversorgung, die Trinkwasserversorgung wieder her, stellen die Stromnetze wieder her. Aber das, was jetzt langsam beginnt, ist der Wiederaufbau. Das, was zerstört oder verloren ist, wieder herzustellen. Und dazu benötigt es vor allem eins, Finanzmittel. Um den Menschen vor Ort eine weitere Unterstützung zu liefern, haben wir uns überlegt, eine Spendenkampagne für Bad Münstereifel auf den Weg zu bringen. Und würden uns freuen, wenn Sie und Ihr dem Link folgt und den Menschen, den Feuerwehrleuten, den betroffenen Einsatzkräften vor Ort eine Spende zukommen lasst, die dann dort über die Wehrleitung der Feuerwehr Bad Münstereifel an die betroffenen Menschen vor Ort und an die Kameradinnen und Kameraden verteilt wird. Folgt bitte dem Link. Vielen Dank.